Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 424. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei, Herr Dennis. Entschuldigung, der Duke natürlich. Also den Titel hier verschlampt. Der Basti. Gude und Grüße. Und die Patricia. Hallo. Wir sind heute hier in kleiner, wunderbarer Runde zusammengekommen, um uns über die Eintracht zu freuen. Vorher möchten wir uns bei euch da draußen bedanken für unseren, nein für euren Support, nicht für unseren Support, für euren Support natürlich, den ihr uns hier entgegenbringt. Und wie jede Woche picke ich da so eins, zwei, drei Leute stellvertretend raus. Und diese Woche stellvertretend die Pia und der Christoph. Vielen, vielen Dank für euren grandiosen Support, der uns hier hilft, dieses kleine, wunderschöne Projekt am Leben zu halten. Und sich hier gleich zu freuen über wahnsinnig viele Tore. Wenn ihr uns noch nicht unterstützt, dann könnt ihr mal auf eintracht-podcast.de slash support vorbeischauen. Da findet ihr alle Infos, wie ihr uns hier unterstützen könnt. Gut, so, jetzt lass uns über Fußball reden. Patricia, über welches Tor von den fünf, die dir Eintracht geschossen hast, hast du dich am meisten gefreut am Ende? Oder? Ja, doch am Ende. Ah, schwierig. Aber ich glaube, es war das Kostic-Tor. Weil Kostic hat halt auch Vorlagen gemacht, ne? Aber ich glaube, das Tor war das, worüber ich mich am meisten gefreut habe. Einfach, weil man ihm ja schon angemerkt hat, dass ihm das ein bisschen fehlt. Und dass er sehr gerne auch selbst mal wieder treffen würde. Und jetzt ist es gelungen. Und man hat es ihm ja auch angesehen. Er hat ja gestrahlt wie lange nicht mehr. Das war schon sehr schön. Und es war ein schönes Tor auch noch. Es war ja nicht irgendein Tor. Es kam so ein bisschen out of nowhere. Also ich hätte jetzt in dem Moment nicht erwartet, dass er unbedingt abzieht. Wobei die Position natürlich ideal war für ihn als Linksfuß. Und da ja auch mit freiem Blick. Aber dass das Ding halt auch so unbeteiligt dann da ins Tor reinfällt. kam so ein bisschen für mich tatsächlich überraschend. Basti, was war denn dein Lieblingstor von den Fünfen? Mein Lieblingstor war, als Kostic auf Silva den Ball da in den Strafraum chippt und der den Volley reinklatscht. Das 3-0 müsste das gewesen sein. Also das war schon tatsächlich eine Phase. Das war schon geil, ja. Das war ein knapper Platz 2. Das war auch sehr, sehr schön. Ich meine, wenn man überlegt, wie teilweise Tore reinguckt werden und plötzlich fängt der Eintracht an, solche Tore zu schießen. Das war schon spektakulär. Es hat auch irgendwie gezeigt, dass man Eintracht gerade läuft. Solche Tore probierst du erst gar nicht, wenn irgendwas nicht stimmt. Sondern das sind so, das ist ein typisches 3-0, wenn es wirklich richtig gut läuft. Und Patrick hat es ja schon angesprochen, dass bei Kostic, dass er da wieder reinkam, hat sich ja schon in den letzten Spielen angedeutet mit den Vorlagen auf Jovic und dass er jetzt das fortsetzt auf diese Weise. Und dann jemanden auch wie Silva hat, für den es mich auch gefreut hat. Weil es gibt ja tatsächlich Leute, man soll es nicht glauben, die denken, dass durch die Jovic-Rückkehr Silva sich so ein bisschen zurückgesetzt fühlt. Ich glaube, der hat die richtige Antwort gegeben auf die eventuellen Befürchtungen, die da irgendwelche Leute haben. Das ist aktuell tatsächlich schon schön anzusehen und macht richtig, richtig Spaß. Aber natürlich wäre ich kein Frankfurt-präventiv-pessimistischer Fan, wenn es mir nicht auch ein bisschen Angst machen würde. Lass uns teilhaben. Was macht dir denn da am meisten Angst? Dass das nicht so bleibt! Ja, wobei der Eintracht ist natürlich jetzt, also wir haben seit sieben Spielen in der Liga nicht verloren. Wir haben insgesamt in den letzten drei Spielen zehn Tore geschossen. Also wir sind da schon auf einem recht ordentlichen Positiv-Trend, würde ich sagen. Ja, die Gefahr ist natürlich immer, dass das nicht so bleibt. Aber gibt es irgendwas, was dir da jetzt konkret Angst macht? Nee, nur die Erfahrung als Fußballfan halt, dass du genau weißt, dass es schnell gehen kann mit, keine Ahnung, kriegst irgendwie eine dümmliche rote Karte, die es vielleicht zum unrechtlichen Elfmeter führt und jemand verletzt sich und dann stehst du da. Also ich glaube, dass wir zumindest einen kleinen Hinweis darauf bekommen haben in Leverkusen im Pokal, was ist, wenn zum Beispiel Junis sich jetzt verletzen würde, dass dieses Spiel schon ein anderes wird. Also ich glaube, dass bei der Eintracht momentan viel Gutes zusammenkommt und ich hoffe, dass das so lange wie möglich so bleibt. Aber natürlich irgendwie. Ich glaube, das ist mittlerweile einfach drin als Eintracht-Fan. Ich meine, wir haben hier schon alles erlebt. Wir haben mit 26 Punkten eine Hinrunde, sind wir abgestiegen. Wir hatten unglückliche Verletzungen, Spielpech und so weiter und so fort. Trotz Pokalsieg, als das ja so ein bisschen gereinigt wurde, dieses Eintracht ist irgendwie trottelig. Es ist natürlich latent immer noch da, aber ich bin der Letzte, der sich beschwert, wenn das nicht eintritt. Aber schauen wir mal. Basti, hast du aber was Gutes angesprochen. Aber generell muss man doch auch sagen, so ein bisschen das Spielglück kommt natürlich auch jetzt so ein bisschen zurück. Ist dann auch ein gewisser, ich nenne es jetzt mal Dosenöffner für so ein Spiel wie hier auch gegen Bielefeld. Das Tor von Silva zum 1-0. Es ist natürlich auch eine Situation, wenn du da Pech hast, wird im Endeffekt das Foul von Hasebe abgefiffen oder es kommt gar nicht erst zu diesem Ping-Pong im Strafraum von Bielefeld. Dann hast du natürlich auch direkt die Reaktion. Deshalb, ich muss sagen, Patrizia, du hast schon gesagt, dein Lieblingstor war Kostic oder das 2-0 von Kostic, weil er natürlich es sich total verdient hat. Und auf der anderen Seite, wie geil diese Reaktion. Du machst innerhalb von zwei Minuten das 2-0 und machst eigentlich damit schon alle Bemühungen von Bielefeld zunichte, in Anführungszeichen. Dann bleibst du dran, Silva 3-0. Basti, hast du richtig gesagt, saugeile Reaktion, One-Hit und da reingeknallt mit einer Selbstverständlichkeit. Das ist halt, das ist was, wo wir drauf aufbauen müssen, was auch nur funktioniert, wenn erstens ein gewisses Spielglück reinkommt, weil sonst passiert einfach das 1-0 gar nicht. Auf der anderen Seite dran zu bleiben, die Mannschaft ist richtig motiviert und Leute, die einfach lange Zeit jetzt auch so ein gewisses Formtief hatten, performen ja momentan richtig geil. Ist es ein Kostic oder auch ein Sow, der ja in mehreren Spielen jetzt gezeigt hat, okay, ich kann was. Wo wir ja auch lange Zeit gesagt haben, boah, Mann, da wird es jetzt auch mal Zeit, dass der Knoten platzt. Und deshalb, das ist einfach eine schöne Sache, dass wir hier jetzt so viele Spieler haben, die so langsam wieder ins Rollen kommen. Und da haben wir noch gar nicht angefangen mit den Bomben vorne, mit Silva, mit natürlich hier unserem Rückkehrer Jovic. Kostic, das ist natürlich eine Situation, das ist geil. Du brauchst aber auch ganz sicher, und da bin ich voll bei dir, Basti, ich hoffe auch, dass ich das lange Zeit jetzt nicht drehen wird, ein gewisses Spielglück, ein gewisses Momentum in einem Spiel, was natürlich dann dazu führt, dass du diesen Lauf machen kannst. Denn die Selbstverständlichkeit ist nur, wenn auch so Sachen funktionieren und du nicht jeden kleinen Mist oder dich benachteiligt fühlst und so weiter. Wir hatten vor einer Woche oder zwei, haben wir noch drüber gesprochen, Kostic senkt den Kopf, weil er genervt ist, weil die anderen nicht mitlaufen und so weiter. Heute müssen wir sagen, es hat alles funktioniert in dem Spiel. Kostic eine glatte Eins, noch selbst ein Tor gemacht, vorgelegt und so weiter. Einfach geil. Das hoffen wir mal, dass wir das lange, lange Zeit jetzt noch erleben. Im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass wir hier auch an dem einen oder anderen Gegner noch sehen werden, ob wir das auch gegen noch stärkere Gegner machen können. Denn Bielefeld war natürlich auch am Wochenende nicht wirklich eine starke Nummer, oder? Sie waren jetzt keine starke Nummer, aber was ich halt schon einfach nochmal so eine Weiterentwicklung in der Eintracht-Mannschaft fand, war halt schon, dass wir es geschafft haben, gegen einen Spieler oder gegen eine Mannschaft, die jetzt vielleicht nicht so aktiv mitspielen will und uns wahrscheinlich auch wenig Raum lässt, trotzdem die Lücken halt immer wieder zu finden. Und das sah halt in der Vergangenheit schon mal anders aus. Also das, was wir auch am Anfang oder zur Hälfte der Hinserie bemängelt haben, dass wir uns halt schwer tun, wenn wir das Spiel machen müssen. Das haben wir halt hier gemacht. Und wir haben es halt auch wahrscheinlich über die Maßen durchgezogen, weil sonst wären wahrscheinlich diese fünf Tore nicht so zustande gekommen. Hätte auch nach dem 3-0 sagen können, so, jetzt machen wir hier mal konsequent 60 Minuten Zeitspiel und dann war es das. Ich finde, das ist die wichtigste Entwicklung. Ja, sag du. Nee, nee, sag du. Okay. Was soll ich sagen? Bielefeld kassiert auch nicht besonders viele Tore eigentlich. Ich meine, der Kommentator hat da auch gesagt, wie viele genau. Das habe ich mir nicht gemerkt. Aber eigentlich ist es nicht eine Mannschaft, die sich besonders oft abschießen lässt. Und das muss einem dann auch erst mal gelingen. Ja, klar. Dadurch, dass sie ja eigentlich eher von so einer Spielweise so aufzerstören und konter und wenig Raum lassen, sie versuchen sich natürlich halt erst mal mit irgendwelchen knappen Siegen oder halt wenigstens unentschieden die Punkte zu erwirtschaften, was ja auch erst mal prinzipiell okay ist. Wenn ich an das Spiel der Hinrunde denke, da ist uns das nicht so gut gelungen. Das ist nämlich das Ding, das ist diese Weiterentwicklung, die ich meinte. Das ist dieses, wir haben in der Hinrunde gegen die starken Gegner immer gut mitgespielt, teilweise auch gepunktet dann, wo wir gesagt haben, da ist ein Unentschieden völlig in Ordnung und hatten uns nur aufgeregt, weil wir vorher die ganze Zeit unentschieden gespielt haben. Aber die Eintracht, ich meine, du kannst im Endeffekt das andere Spiel gegen Bielefeld genau da drüberlegen und so gucken, wo die Entwicklung ist. Du hast eine spielerische Entwicklung, die besprechen wir schon seit Wochen. Du hast aber auch eine Entwicklung, was das betrifft, dass du dich eben nicht mehr in so eine Verzweiflung treiben lässt, wenn der Gegner dir gar keinen Platz lässt. Weil Patrizio hat es gesagt, Bielefeld ist jetzt eigentlich keine Highscoring-Mannschaft, wo viele, viele Tore fallen. Und du machst trotzdem fünf Stück und du hast in Mainz gewonnen und du hast gegen Schalke gewonnen. Und du hast einfach endlich Gegner auch bespielt, die eben nicht die Räume lassen, was wir immer gesagt haben. Ich meine, wie oft haben wir gesagt, ja, jetzt kommt ein Gegner, ist gut für die Eintracht, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Ich meine, das sagst du ja nicht umsonst, sondern das sagst du, weil es eben, wenn kein Platz da ist, nie funktioniert hat. Und da hat eine Entwicklung stattgefunden und das hat genau damit zu tun, was Dennis angesprochen hat. Das ist eine andere Mannschaft, ganz im Ernst. Das ist eine andere Mannschaft, wenn du mit Younis, So, Barkok oder Kamada und Jovic und Silva und vormerstarken Kostic spielst oder mit Kor und Ilsanka. Das ist einfach so. Und ich sag's, ich glaube, wo man am besten diese Entwicklung festmachen kann, ist tatsächlich, und ich hätte niemals gedacht, dass ich das jemals sage, ich sehe aktuell nicht mal Platz in der Mannschaft für einen Sebastian Rodel. Also, wenn der da mitspielt, fällt der schon auf, weil der nicht so gut kicken kann wie alle anderen. Und das ist ja der Wahnsinn, weil der war eine Zeit lang unser bester Mittelfeldspieler. Und das ist tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert. Ja, das ist leider, leider richtig, ja. Das ist nicht leider. Oder zum Glück. Ja, auf der einen Seite zum Glück, weil es natürlich halt schon auch diese spielerische Qualität dann halt einfach auch zeigt, indem wir uns hinentwickelt haben. Ich finde es halt so ein bisschen schade für die Person Sebastian Rodel, weil ich ihn halt einfach unheimlich gerne spielen sehe. Der wird seine Zeit bekommen. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass es scheiße ist, wenn er drin ist. Ich meine sie nur, die aktuelle Mannschaft, die da auf dem Platz steht und wenn Hasebe sich konzentriert, das ist schon Wahnsinn. Also, das ist tatsächlich echt gut. Ich glaube, Christian Streich hat es auch gesagt, dass sie antreibt aktuell, natürlich muss man da immer mit Vorsicht das genießen, so Momentaufnahmen, aber aktuell einer der interessantesten Mannschaften der Bundesliga ist. Und wenn ich meine Fanbrille ab, auf und wieder ansetze und drauf trete und alles Mögliche, ehrlich gesagt, sehe ich das auch so. Auch wenn ich mich gar nicht reden hören will, wenn ich sowas sage. Aber die Eintracht ist momentan mit der heißeste Scheiße in der Bundesliga. Es gibt halt, wenn du wirklich einfach nur Bock hast auf guten Fußball, halt wenig, was du dir sonst als Alternative irgendwie angucken willst. Du hast halt so ein paar Vereine, wo du halt niemals einschalten würdest, egal was da ist. Dann hast du ein paar, die du nicht einschalten willst, weil eine gewisse Grundverachtung einfach da ist. Und dann bleibt halt auch nicht mehr so viel übrig. Ja, stimmt. Und ja, da kommen halt die Punkte dazu. Das ist es nämlich, Basti. Genau, wir müssen halt nur schauen. Und ich weiß gar nicht, wie oft man es jetzt sagen kann, die Eintracht spielt halt auch wirklich stabil. René, du hast vorhin gesagt, sieben Spiele Bundesliga ungeschlagen, viele Siege dabei. Das ist natürlich was, wenn du dir dann die ganzen anderen Clubs anschaust, die da auch mit oben sind, die alle patzen, die alle. Du hast natürlich jetzt auch eine Riesenchance. Und die Eintracht ist ja normalerweise, Basti hast du vorhin so einen schönen Ausdruck verwendet, ich weiß jetzt gar nicht, wie du es gesagt hast, aber so der typische Depp, der dann die Sache wieder verdödelt oder da irgendwie sich anstecken lässt. Ah, jetzt könnten wir es schaffen, dann wird wieder das Spiel dumm verloren und so weiter. Ich drücke jetzt die Daumen, dass jetzt einfach mal dieser Sprung, diese Weiterentwicklung endlich auch so weit kommt, dass wir eben in unserem kleinen Kosmos einfach weiterspielen, solide unsere Leistung zeigen. Der Kader gibt es auf jeden Fall her, zumindest wenn alle so an ihre Leistungsgrenzen gehen wie die letzten Spiele. Und dann kannst du in dieser Saison offensichtlich richtig was reißen, weil eben diese, ja, ich weiß jetzt gar nicht, tabellarisch, wenn man einfach jetzt nur mal schaut, wie eng das da oben schon wieder ist. Wir mit 30 Punkten Sechster, dann Leverkusen mit 32 Punkten Dritter. Das ist doch Wahnsinn, ne? Also das ist so nah dran. An diesen Plätzen hier oben waren wir schon öfter, muss man sagen. Klar, jetzt auch Momentnachnahme, 18 der Spieltag. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir diese Spiele, Bielefeld ist so ein tödliches Spiel, wo wir immer sagen, das musst du gewinnen. Bielefeld ist dann das, da ärgerst du dich am Ende, dass du gegen Bielefeld wie in der Hinrunde nur einen Punkt geholt hast. Das ist dann die wichtigen, das sind die Big Points, die am Ende dann für die Abrechnung sind. Wir sind uns alle einig, gegen die Bayern muss man nicht gewinnen, muss man vielleicht auch gar nicht punkten. Aber das sind Punkte hier, die musst du holen. Wenn du so schlau bist und die jetzt alle souverän einsammelst und dann vielleicht auch gegen die starken Teams noch einen Überraschungserfolg machst, am Ende stehst du auf Positionen, die wir uns in dieser, wir haben es immer als Übergangssaison oder als, wir müssen mal schauen, elendes Corona und so weiter und so fort, vielleicht hier wirklich als großer Sieger rausgehen. Denn Basti, auch nochmal, was du vorhin gesagt hast, das Potenzial in der Mannschaft und wenn auch das Außen, du darfst dich natürlich damit nicht verrückt machen lassen oder das Ding in der Momentansicht, das ist wirklich genial. Und das Potenzial ist auf jeden Fall da, berechtigterweise da oben mitzuspielen. Und deshalb, ich bin gespannt und ja, es gibt ja noch ein paar Spiele, in denen wir zeigen können, ob wir es auch vermehrt mal zeigen können. Nochmal kurz zum Thema Attraktivität. Bei der Eintracht passiert halt auch immer was. Ich hatte mir das gerade eben nochmal rausgesucht, weil ich mir nicht ganz sicher war, aber bei der Eintracht sind in den letzten sieben Spieltagen oder letzten Bundesligaspielen halt auch die meisten Tore gefallen. Also es passiert halt auch irgendwas. Ich weiß nicht, ob uns dann vielleicht deswegen irgendwann demnächst die Menschen, die Sky-Abos haben, nicht mehr mögen, weil da ständig irgendwelche Pieptöne deswegen reinfliegen. Aber wenn du halt Fußball schauen willst und da halt auch was passieren soll, dann hast du da halt auch, glaube ich, momentan die meisten Chancen, Tore zu sehen. Patricia, wie ist es denn bei dir? Denkst du, wir können jetzt hier drauf aufbauen und haben Möglichkeiten, die Saison mehr zu erreichen, als wir uns vielleicht am Anfang gedacht hätten? Ja, das schon. Also ich will mich nicht zu weit reinsteigern, einfach weil die Saison halt noch lang ist. Es ist noch eine komplette Rückrunde zu spielen. Ich weiß auch noch nicht, ich traue da wie Basti so dem Frieden noch nicht so ganz. Das ist wahrscheinlich bei uns allen so. Aber klar, wenn man jetzt so weitermacht und ich glaube, ich hatte es letzte Woche auch schon gesagt, wenn man von Verletzungen vor allem verschont bleibt und ja, alles so ein bisschen zusammenspielt, gleichzeitig irgendwelche Konkurrenten noch schwächeln, dann ist da auf jeden Fall was drin. Ich wäre aber auch nicht böse, wenn es jetzt halt nicht klappt, irgendwie was ganz Großes zu erreichen, eben weil, ich weiß nicht, ich bin einfach schon zufrieden, dass die Eintracht sich gut entwickelt, dass es eben so Phasen gibt, die wir gerade haben und dass wir eine ziemlich geile Mannschaft zusammen haben. Und das ist irgendwie auch schon Grund genug, mich zu freuen. Aber klar, natürlich ist das Potenzial da. Und ich finde das auch gut, dass das offen kommuniziert wird und die Spieler und auch der Trainer da scheinbar Ambitionen haben, weil ich glaube, anders würdest du so auch gar nicht performen. Also wenn du innerlich schon aufgegeben hast oder sagst, ach, das sind jetzt so ein paar Glückswochen und danach, weiß ich nicht, geht es wieder bergab, dann performst du halt auch gar nicht so. Deswegen, ja, ich bin offen, was kommt. Und klar würde ich mich freuen, wenn auch was bei rumkommt am Ende. Mal schauen, ja. Ja, ich glaube, was wir uns immer trotzdem klar machen müssen, ich habe es auch bei Fußball 2000, glaube ich, gesagt, es ist trotzdem erst der erste Spieltag der Rückrunde gewesen. Also es fühlt sich so anders an, weil wir gefühlt den neunmillionsten März haben 2020 und alles irgendwie durcheinander ist und wir jetzt schon wieder im Frühjahr sind. Aber es ist halt tatsächlich alles ein bisschen verschoben. Das heißt, du hast noch eine komplette Runde zu spielen und es gab auch Rückrunden, wo die Antwort abgeschmiert ist. Also es ist so, dass ich für diese Prognose tatsächlich bis zum 25., 26., 27. Spieltag warten will, wo du dann auch konkret irgendwie die Szenarien ausrechnen kannst. Wir spielen gegen den und der spielt gegen den und so weiter. Das ist jetzt noch viel, viel zu früh. Es ist eine tolle Momentaufnahme. Es ist halt aber auch nicht mehr. Also die Eintracht kann auch noch 12. werden. Oder irgendwie, keine Ahnung. Also das muss nicht sein, dass das so bleibt. Und umso länger es so ist, umso froher bin ich. Aber mir jetzt schon irgendwie was zurechtzulegen, worauf ich mich einstelle, was diese Saison betrifft, ist es einfach leider noch zu früh. Es fühlt sich zwar nicht so an, aber es ist leider so. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber worauf man sich ja zumindest schon mal einstellen kann und was ja jetzt auch an verschiedensten Stellen ein Stück weit artikuliert wurde, ist, dass man das, was wir in der Vergangenheit ja oder in den letzten Wochen immer so ein bisschen bemängelt haben, dass die Eintracht sich nicht klar ist, was sie denn diese Saison sein will. Will sie Mittelmaß sein? Will sie nicht Abstiegskandidat oder tatsächlich irgendwie internationaler Platzanwärter sein? Finde ich zumindest, so ist es zumindest bei mir angekommen, hat man jetzt klar artikuliert, okay, man hat schon das klare Ziel, diesen internationalen Platz zu erreichen. Und das ist zumindest das, was ich auch aus dieser Kombination aus, was gesagt wird und wie die Mannschaft auf dem Platz agiert, für mich da rausziehe. Und das ist etwas, womit ich mich zumindest jetzt erst mal sehr gut vereinbaren kann. Auf jeden Fall, ja. Also man ist da wieder so ein bisschen in eine Richtung gegangen, wo man auch sieht, dass da so Ziele dahinter stecken. Das macht es auch sehr angenehm. Und es wirkt zumindest, als hätten sie Spaß beim Fußball. Was wir vorhin schon gesagt haben, der Zwang, wenn der, und es werden wieder schwierigere Zeiten sicherlich kommen, und es wird nicht alles klappen. Aber wenn du natürlich merkst, dass die Jungs auf dem Platz Spaß haben, auch noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, wer es vorhin von euch gesagt hat, einfach noch ein Tor mehr zu machen und hinten raus und nicht, wir wollen jetzt hier eine 1-0 und jetzt bitte wechsle mich doch am besten aus, damit ich meine Ruhe habe. Das finde ich, merkst du hier einfach, dass die Jungs spielen wollen. Die wollen zeigen, was sie können. Und wenn du da natürlich noch so einen Bomber wie Jovic auf der Bank hast, der da noch kommen kann oder auch, und da Basti, da hast du sicherlich rechte Rode, der auch ja Lust hat zu spielen und auch sicherlich in dem System seine Zeit finden wird, gerade wenn es ein bisschen in die defensive Richtung geht. Also ich muss sagen, hier sind einige dabei, die mir einfach riesigen Spaß machen momentan. Und was ich eigentlich mit der Aussage vorhin meinte, mit der Entwicklung oder mit dem, da könnte sogar richtig was drin sein. Wenn ich mir anschaue, zum ersten Spieltag oder kurz vor dem ersten Spieltag, wenn ich mir den Kader und so die Stimmung und so weiter angeguckt habe, habe ich gesagt, ah, okay, da kannst du ja wirklich, ist eine Wundertüte. Jetzt hast du eigentlich viele Problemstellen. Ja, die Form stimmt zumindest momentan, immer Momentaufnahme, habt ihr völlig recht. Du hast noch richtig was zum Nachlegen, von der Bank kann noch einiges kommen, Situationen, ist einfach eine coole Sache. Und wenn dann noch der Spaß am Fußball dazu kommt, glaube ich tatsächlich, ich gerate schon so ein bisschen ins Träumen. Das merke ich selbst, dass das auch viel zu früh ist und ich wahrscheinlich in ein tiefes Loch fallen werde, zumindest mal zwischenzeitlich hoffentlich nicht zu tief. Aber es ist natürlich so was, das ist für mich ein riesiger Sprung. Alleine in diesen letzten 17, 18 Spieltagen passiert zumindest mit meiner Stimme. Ich habe richtig Lust darauf. Ich habe richtig Lust, am Wochenende Fußball zu gucken. Das muss ich sagen, war lange Zeit gar nicht so. Und dementsprechend, ja, keine Ahnung. Also ich lasse mich auf jeden Fall schon mal voll mitreißen. Das ist vielleicht doch mein einziger Lichtblick in der aktuell nervigen Corona-Zeit, dass man denkt, oh, jetzt kann man sich wenigstens mal wieder auf Fußball freuen. Und ja, naja, schauen wir mal, was bei rumkommt am Ende. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, dann lass uns doch nochmal auf das passieren, schauen, was da sonst noch neben dem Platz so ein Stück weit passiert ist. Wir hatten letzte Woche ja darüber gesprochen, dass Coa an Mainz verliehen wird bis Saisonende. Dann kam kurz danach, das war dann leider nach unserer Aufnahme die Meldung, dass dann auch da Costa nach Mainz verliehen wird, ebenfalls bis zum Saisonende. Und der hat ja dann auch gleich am vergangenen Wochenende dort spielen dürfen und hat durchaus auf dem Platz gezeigt, dass er Fußball spielen kann, aber wahrscheinlich auch einfach nicht über lange Sicht gesehen in die Sinne der Eintracht-Mannschaft rein gerutscht wäre. Von daher ist es, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung gewesen, ihn da jetzt zu verleihen, um ihm da noch so ein bisschen die Möglichkeit, Fußball spielen können zu geben. Komischer Satz. Oder seht ihr das anders, Patricia? Nee, also sportlich ist das wahrscheinlich schon die richtige Entscheidung. Es freut mich auch für ihn, dass er sich schnell eingefunden hat und auch schnell irgendwie was dazu beitragen konnte. Emotional ist das halt nicht so schön, ihn bei Mainz zu sehen. Und man will ja eigentlich auch nicht, dass die eigenen Spieler Mainz aus diesem Drecksloch da ziehen, wo sie gerade drin hängen. Das ist natürlich aus Fansicht und so und ja, emotional nicht besonders erfreulich, aber halt für ihn als Spieler freut mich das schon. Und es ist sportlich halt vermutlich auch die richtige Entscheidung gewesen. Also das zeigt ja auch schon einiges, ja, wie sich die Eintracht entwickelt hat, dass halt so ein Spieler einfach momentan nicht genug ist für diese Mannschaft und woanders aber halt sofort weiterhelfen kann. Und ja, was da für große Unterschiede mittlerweile schon zwischen Frankfurt und Mainz sind, das war ja jetzt auch nicht immer so, muss man sagen. Ja, ich finde, das ist, das habe ich mir genau das Gleiche auch gedacht, als ich die da habe spielen sehen, dass du halt einfach mittlerweile deine Spiele an Mainz und Schalke ausleihst. Früher war es so, dass wir uns von Mainz keine Spiele hätten leisten können, weil die direkt woanders hingegangen sind. Und es war so, dass wir unsere Spiele an Schalke verloren haben. Erinnert euch an Uczipka so. Erinnert euch an Mascarell. Das war quasi so, wenn du von Eintracht weg willst und willst ein bisschen höher, gehst du zu Schalke. Jetzt ist es so, dass wir unseren vierten Stürmer zu denen geben, sagen, hier, wenn ihr drin bleibt, gebt uns aber 10 Millionen Euro und wir verleihen quasi Leute, um die von der Payroll zu bekommen, an Mainz aus. Bei Core muss ich sagen, ist für mich, natürlich ist es ja nur ausgesehen, aber für mich ist Kapitel abgeschlossen. Ich habe von Tag 1 an nicht verstanden, warum man den geholt hat. Dann gab es wilde Diskussionen mit meinen Freunden. Grüße an Herrn Lossner. Dann hat er eine Zeit lang gut gespielt, wo alle mir dann gedacht haben, die können mir das aufs Brot schmähen. Ich war nie von dem überzeugt, völlig überteuert. Wenn man dieses Missverständnis irgendwie noch aufklären kann, mit einigermaßen finanziellen Kompensation, sag ich mal, bin ich zufrieden. Und da Costa bleibt das große Rätsel. Bei da Costa befürchte ich jetzt emotionale Diskussionen. Ich habe mir das schon gedacht, als er diese geile Vorlage zum 3-2 gibt, dass es jetzt die ersten Stimmen geben wird, wie kann es sein, wie kann es sein, wie kann es sein. Ignoriere ich, muss ich sagen. Ich freue mich für ihn, dass er wieder spielen kann dort, weil es ist halt ein geiler Typ. Ich akzeptiere aber auch, wenn an Ali Hütter, der aktuell so im Fußball spielt, und das sagt, ich habe für den keinen Platz, warum auch immer. Weil bei da Costa gab es auch bei uns immer Kritikpunkte. Im Endeffekt ist er durchgerauscht mit zusammen in dieser Europapokalsaison. Aber wie viele Flanken hat er hinter das Tor geballert, wie viele technische, wie soll man das nennen? Der ist halt teilweise technisch zu langsam. Für mich wirkt er teilweise immer noch wie ein Spieler, der immer ein guter Sportler war und der ziemlich spät hat angefangen, Fußball zu spielen. Das heißt, der hat athletisch und mental alles drauf. Aber es ist für mich trotzdem kein überragender Fußballer, dass ich denken würde, wie kann man den nur abgeben? Natürlich ist es schade, weil es halt da Costa ist und du auch mit ihm eine Story hast, weil er ein Publikumsliebling war. Aber rein sportlich gesehen ist es jetzt nicht so, dass ich denke, meine Güte, größte Problem sehe ich eigentlich, dass man wirklich immer gedacht hat, ob jetzt Touré, Durm oder da Costa spielt, ist fast egal, weil die alle irgendwie auf einem Niveau sind und ich hätte lieber statt drei auf dem, zwei auf dem höheren Niveau. Aber das ist jetzt auch jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja, ich verstehe. Ja, ich glaube halt wirklich einfach, da Costa ist halt, so wie du es vorhin gesagt hast, die Mannschaft hat sich weiterentwickelt und da fallen halt dann einfach zwangsläufig Spieler durchs Raster, die da halt einfach nicht mehr reinpassen. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern halt einfach, weil die, die du halt nominell aufstellst, in dem Fall besser sind. Da leidet er halt dann so ein bisschen drunter. Von daher finde ich diese Laie schon okay. Mal gucken, was man dann halt am Ende da draus macht. Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja wirklich sagen, er hat in der Saison, in dieser Europapokalsaison, hat er natürlich extrem überperformt und lag, man hatte eher jetzt das Gefühl, er ist in einem dauerhaften Formtief, aber Basti hast du wahrscheinlich recht. Er konnte einfach eigentlich nicht mehr. Er hat dann mal eben mal, ja, wirklich, wirklich über seine, weit über seinen Möglichkeiten gekickt. Jetzt muss man natürlich gucken, der Vertrag läuft, glaube ich, 3.6.22 aus. Das heißt, das halbe Jahr, ja, wenn er sich gut anbietet und kann danach für gut Geld auch nochmal verkauft werden, ist das doch eine prima Sache. Jetzt auf jeden Fall erst mal, er hat ja wirklich keine Rolle mehr gespielt. Dementsprechend ist gut, dass er von der Gehaltsliste erst mal bei uns weg ist, wenn Mainz natürlich das volle Gehalt zahlt. Keine Ahnung, was da auch immer gegaukelt wird. Aber müssen wir mal schauen. Das ist auf jeden Fall eine Situation, auch für den Marktwert und auch für den Spieler natürlich selbst. Es ist natürlich super unbefriedigend, wenn er da nur auf der Bank oder sogar nur auf der Tribüne dann abgestellt wird bei uns. Dementsprechend, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der absolute Mainz-Freund bin, wie ihr ja auch nicht, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn er sich da ein paar Mal ins Schaufenster stellen kann und können wir vielleicht noch einen guten Deal machen mit ihm. Ja, also ich glaube, es gibt auch durchaus andere Vereine in der Bundesliga, die an so einem Spieler Interesse hätten. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg an der Stelle. Ja, das ist so das, was es sich bei uns getan hat. Und wenn wir dann auf unseren nächsten Gegner gucken, die Hertha aus Berlin, da hat sich ein bisschen mehr getan. Das hatte sich ja angedeutet nach dem Spiel am Wochenende, wo die Hertha 4-1 war es, glaube ich, gegen Bremen verloren hat. 3-1, 4-1. Helft mir. War es, glaube ich, 4-1, ne? verloren hat. Was jetzt am letzten Spieltag? Ja. Ja, ja, haben die 4-1 gegenseitig. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es 4-1 oder 3-1 war. Genau. Was dann quasi das, ja, die Freistellung von Brez und Labbadia bedeutete. Und jetzt haben sie ja gestern offiziell bekannt gegeben, dass Stardai der neue Trainer ist. Und die Hauptfrage, die ich euch hier stellen möchte, seit heute geistern ja Gerüchte rum, dass man sich als Nachfolger von Brez einen gewissen Herrn Bobic ausgesucht hat. Und noch mehr Gerüchte besagen halt auch, dass die Hertha ja durchaus mit Geld so ein bisschen gesegnet ist und auch bereit wäre, eine gewisse Ablöse zu bezahlen. Für wie wahrscheinlich haltet ihr das? Und glaubt ihr tatsächlich, Bobic würde so einen Schritt aktuell machen? Ich meine, der hat noch einen Vertrag, der bis 23, meine ich, läuft? Ja, 23, genau. Basti, du bist auch hier seit deinem zweiten Doppelpass-Auftritt quasi unser Hertha-Experte. Ja, meine Expertise würde auf jeden Fall zu dem Rat an ihn führen, das erstmal nicht zu machen. Also langfristig kann ich es mir bei ihm vorstellen, weil A, wenn da das Geld im Hintergrund bleibt, wird er da gute finanzielle Möglichkeiten haben, kann mir aber vorstellen, dass das aktuell noch zu chaotisch ist. Das heißt, ich würde tatsächlich, glaube ich, nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der Lars Winterhorst heißt, weil das auch immer mit Chaos verbunden sein kann. Der zahlt dir dann mal nicht das Geld. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das ein stabiler Investor ist, wie, weiß ich nicht, wie Red Bull oder SAP, wo du weißt, okay, da ist genug Cash dahinter und die haben auch Bock, dass ich hier was aufbaue, sondern das ist trotzdem noch ein bisschen wackelig. Das kann dann auch komplett in die Hose gehen, wenn der irgendwann gar keinen Bock mehr hat oder selber keinen Cash mehr hat, dass die da komplett baden gehen. Das muss er in seine Betrachtung mit einbeziehen. Wir dürfen dann nicht vergessen, dass seine Familie da wohnt. und so, also es ist tatsächlich für ihn wahrscheinlich von der Work-Life-Family-Balance wäre es wahrscheinlich sogar besser. Deswegen hatte ich sowieso immer diese Angst, dass das irgendwann passiert, aber aktuell glaube ich es nicht. Ich glaube, das Projekt Eintracht ist noch nicht vorbei. Die Eintracht hat so viel vor noch. Die Eintracht hat das Stadion jetzt übernommen. Die Eintracht, irgendwann kommen die Fans zurück. Du hast, die neue Geschäftsstelle baust du, du machst in der Digitalisierung sehr, sehr, sehr viele Sachen. Also ich glaube, dass das Projekt, worauf er ja auch scheinbar wirklich Bock hat und würde das teilweise nicht so geil machen, noch nicht zu Ende ist und da mittendrin aufhören, glaube ich nicht. Irgendwann kann ich es mir vorstellen, ich hoffe aber nicht aktuell. Patricia, wie siehst du das? Ja, kann ich eigentlich zustimmen. Es ist halt, wie Basti sagte, mit der Familie so ein bisschen das Ding, das halt ein sehr, sehr gutes Argument ist und eventuell auch das Geld, was sie zahlen können. Ich weiß, ich stecke da jetzt nicht drin, keine Ahnung, was da jetzt wirklich möglich ist und was nicht und was geboten wird und was nicht. Aber ich kann es mir, also rein sportlich könnte ich es jetzt momentan nicht verstehen, einfach weil du ein aufstrebendes Projekt quasi für Chaos aufgeben würdest und ich weiß nicht, ob man sich das antun will. Also ich hatte gar keine Lust, von einem Verein zu gehen, bei dem ich gerade hoch angesehen bin. Das war bei Bobic ja auch schon anders. Er hatte auch schon Zeiten, wo er deutlich krasser kritisiert wurde und weiß nicht, momentan ist das ja so eine Art Wohlfühloase für ihn und er bekommt ja auch zu Recht viel Lob hier. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde es persönlich ungern dann aufgeben, vor allem nicht, weil das Projekt, wie auch Basti schon meinte, ist wahrscheinlich noch nicht beendet. Also ich glaube, Bobic hat noch einige Ziele und ja, es ist jetzt nicht so, dass er sagt, ah, my job here is done, ich gehe jetzt einfach woanders hin und fange ein neues Projekt an. Ja, deswegen momentan, ich glaube es auch nicht. Ich hatte da ehrlich gesagt auch nicht so Panik. Ich dachte erst, das ist irgend so eine Witzmeldung ganz am Anfang heute Morgen, bis ich mich so ein bisschen reingelesen habe und mir dann dachte, ah nee, okay, da ist scheinbar irgendwie was dran, zumindest meinen die Leute das ernst. habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, aber das recht schnell verworfen, weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann, ja, auf so seiner Karriereleiter gerade, dass das der richtige Schritt wäre. Ja, deswegen bin ich da gerade ein bisschen ruhig. Keine Ahnung, kann auch enttäuscht werden, aber ich hoffe nicht. Das wäre halt ein sehr großer Münzwurf, weil du hast halt zwei Varianten in dem Chaos, was Basti gerade angesprochen hat. Es kann halt irgendwie absolut gegen die Wand fahren. Dann sagt wahrscheinlich jeder, ja, habe ich dir ja vorher gesagt, oder du reißt halt wirklich den Karren rum, dann bist du halt der große Held, aber es ist halt sehr viel gegambelt eigentlich zu dem jetzigen Zeitpunkt. Also wenn man über sowas nachdenkt, wäre wahrscheinlich die sinnvollere Variante zumindestens mal noch diese Rückserie abzuwarten und zu gucken, wie sich das da entwickelt. Aber es war doch klar, dass unser Name da oder Bobic da ins Gespräch kommt, erfolgreich, hat hier gut was aufgebaut. Die anderen sehen das natürlich auch. Dementsprechend, ihr habt es ja schon gesagt, es ist vielleicht auch irgendwann ein logischer Schritt für Bobic da hinzugehen. Auf der anderen Seite, es läuft gerade hier gut, das ist das Ding, die Konditionen stimmen, glaube ich, auch. Er ist, glaube ich, bis jetzt auch, hat ja immer das Gefühl, er ist ganz zufrieden. Ich glaube auch, ihr habt es richtig gesagt, ein Schnellschuss. Und Hertha will ja eine Entscheidung jetzt schnellstmöglich haben, auch wenn natürlich, ich glaube, ich habe es heute irgendwo gelesen gehabt, dass ja Dardai sogar einen Vertrag bis Sommer 2022 hat oder auch sagt, Mann, okay, warum noch mal ein Jahr länger als jetzt einfach erst mal bis zum Sommer dann in Ruhe zu schauen. Also merkst du, da ist auch sehr viel Unruhe drin, sehr viel, wir versuchen hier mit Sicherheit zu punkten. Da wäre sicherlich Bobic für deren Konzept, wäre das natürlich ein Riesengewinn, aber das weiß, glaube ich, Bobic auch, was für einen Wert er da hat und deshalb, ich denke, er wird hier keinen Schnellschuss machen. Ich hoffe es auch. Patrizia, deine Hoffnung, da gehe ich voll mit und drücke die Daumen. Ich hoffe, ich werde auch nicht enttäuscht. Sorry, René. Alles gut, ich überlege nur halt gerade, wie viel dieser Familie und ja auch, dass er da ja Leute auch in dem Vereinskonstrukt kennt, wie sehr das vielleicht an der Stelle dann halt auch zählt. aber ja, ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so die großen Gründe an der Stelle sind. Also zumindest von hier aus betrachtet wäre das so ein bisschen, ja Himmelfahrtskommando will ich jetzt nicht sagen, aber der Stuhl, auf den man sich da setzen würde, der wäre schon sehr heiß. Ich weiß nicht, ob ich das gerade bei allem Interesse daran, so ein Projekt vielleicht machen zu wollen, weiß ich nicht, ob ich sowas tun würde gerade. Ja, zumal bei der Hertha ja auch sehr oft sehr viele Namen gedroppt werden und gehandelt werden, wo auch oft jetzt einfach nichts dran war, seien es Spieler, seien es irgendwelche Trainer oder Verantwortliche auf anderen Positionen. Also ja, da ist schon auch immer sehr viel Name-Dropping dabei. Ist doch auch klar, ich meine, das ist doch der Big City Club, da wollen sie doch alle hin. Mehr oder weniger, ja. Mehr oder weniger, genau. So, dann lasst uns doch vielleicht auch noch mal auf das Spielerische gucken. Ich habe ja immer so ein bisschen Schiss, wenn es dann, gerade bei der Eintracht, und dann steige ich jetzt so ein bisschen in dieses Pessimismus-Thema von Basti vom Anfang an. Ich kriege immer so ein bisschen Flattern, wenn ich dann sehe, bei der Eintracht läuft es gerade und der nächste Gegner, den wir haben, bei dem läuft es nicht und dann schmeißt er vier Tage vorher den Trainer raus und holt irgendeinen. Und wenn es nur der Busfahrer ist, der jetzt halt die Mannschaft trainiert, da kriege ich immer schon so eine gewisse Grundangst, dass das jetzt, dass wir wieder der trottelige Kellner sind, der da zum Vorschein kommt. Basti, du hast es vorhin angesprochen, wenn du jetzt auf dieses Spiel am Samstag gegen die Hertha guckst, hopp oder top? Weiß ich gar nicht. Mich nervt es immer, du hast gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass letzte Saison das schon so war und diese wieder, dass das sehr häufig bei der Eintracht ist, dass wir dann gegen neue Trainer spielen. Bei Mainz war das auch so. Schalke war, glaube ich, sein zweites Spiel, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ja. Also auch ziemlich fresh und jetzt kommt es wieder und wieder auch so ein hemmsärmeliger Trainer, wo du denkst, okay, der wird die zumindest so einstellen, dass die eklig zu bespielen sind. Aber das hat die Eintracht schon bewiesen und dann habe ich irgendwo eine Statistik gelesen. Ich glaube, der Dom Waits hat es bei Twitter sich mal zusammengestellt, dass die Bilanz von Eintracht gegen neue Trainer gar nicht so schlecht ist. Okay. Das heißt, so ein bisschen ist mein subjektives Gefühl da relativiert worden. Noch überwiegt es aber. Also ich hätte auch weniger Bauchschmerzen gehabt, wenn die Hertha das noch eine Woche da rumdelettiert hätte und die Eintracht derjenige gewesen wäre, der dafür gesorgt hätte, dass diese Entscheidungen getroffen werden. Ist jetzt nicht so, damit muss die Eintracht sich auseinandersetzen und die Hoffnung, die ich halt habe auch, dass der einfach noch nicht genug Zeit hatte. Da ist eine Mannschaft, wo einiges nicht stimmt, sonst wären die mit ihrer Qualität nicht so weit unten, und wenn das so einfach wäre, das umzustellen, hätten die vielleicht da auch schon irgendwie eine Lösung gefunden. Das heißt, klar kann Badei das schaffen, das traue ich ihm auch zu, dass er da mit Arbeiterfußball in Anführungszeichen den Abschiedskampf annimmt und irgendwie es schafft, dass diese Mannschaft das auch annimmt, obwohl er eher Fußballer als Arbeiter dabei sind, aber trotzdem traue ich ihm das zu. Ich hoffe aber, dass es noch ein bisschen dauert und dass die Eintracht in ihrer aktuellen Verfassung einfach zu stark ist. Ich glaube, der Bielefeldtrainer hat das auch gesagt. Er hat gesagt, klar haben wir den Abschiedskampf angenommen, klar sind wir in den letzten Wochen gut gewesen, aber wir müssen noch einsehen. Die Eintracht war einfach ein Regal zu hoch für uns an dem Tag. Ich hoffe, dass Dardai ähnliche Dinge sagt und dann nach vorne schaut und guckt, wie er das hinkriegt und uns das dann egal sein kann. Patricia, wie seht ihr? Ja, im Endeffekt, Basti hat eigentlich schon fast alles gesagt. Du musst damit rechnen, dass die Hertha sich einfach versucht, hinten reinzustellen und eben nicht die vier Dinger wie gegen Bremen zu fangen. Heißt das mit wahrscheinlich wirklich eklig zu spielen. Ich muss aber wirklich sagen, in der Form, und da kann ich mich nur wiederholen zu den Ausführungen, was ja gegen Bielefeld auch schon alles in dem Zusammenhang genannt wurde. wenn Kostic so performt, wie er performt hat, wenn auch Silva und Jovic, davon ist halt einfach granatenmäßig geil und da habe ich Younes und Barkok und wer da alles noch im Endeffekt offensiv, da müssen wir uns eigentlich keine Angst haben, dass wir da nicht ein paar Tore bekommen. Und wenn wir nicht dann durch dumme individuelle Fehler hinten wieder viel zu viel Platz lassen und Hertha da unglücklich, aus unserer Sicht unglücklich, irgendein dummes Tor gegen uns macht, dann glaube ich, haben wir da tatsächlich sehr, sehr gute Chancen, dass wir auch mit Trainerwechsel und so weiter mit drei Punkten am Ende da weggehen. Das Problem könnte einfach sein, es wird, ja, es wird ein Kampf sein und den musst du einfach annehmen. Das wird ein dreckiges Spiel sicherlich geben und aber dort sind wir eigentlich und das, wie Basti auch schon gesagt hat, haben wir ja jetzt auch bewiesen, dass wir es können und, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Jetzt ist es eine gute, gute Probe, um zu schauen, ob wirklich hier in der Mannschaft diese Weiterentwicklung wirklich so stattgefunden haben, wie wir sie zumindest gesehen haben. Patricia, sorry. Ja, nicht viel hinzuzufügen. Nein, also ich hasse die Situation auch. Das ist immer sehr ärgerlich und klar, das Team ist dann schwerer einzuschätzen, aber Dada ist jetzt auch kein Unbekannter. Also man hat ihn schon einige Jahre in der Bundesliga gesehen. Klar, das Umfeld ist da jetzt so ein bisschen emotionalisiert. Ich weiß nicht, inwiefern sich das auf die Mannschaft überträgt. Es gibt Spieler, die ihn da ja auch schon gut kennen und so weiter und so fort, aber dennoch haben die nicht umsonst die Probleme, die sie haben und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die Verletzten-Situation aussieht, aber die Abwehr war schon sehr, sehr, sehr schlecht besetzt zuletzt und ich glaube, die Stammabwehr ist immer noch nicht fit, weshalb, ja, da kann auch Dada nichts daran ändern, dass die Spieler halt einfach nicht da sind momentan. Ja, und er muss jetzt auch erst mal reinkommen. Vielleicht klappt es jetzt innerhalb einer Woche noch nicht, das Team wieder komplett so zusammenzustellen, dass sie jetzt leistungsfähig sind, weil das war zuletzt wirklich sehr, sehr, sehr schwach und ich vertraue da jetzt einfach mal vorerst auf die Stärken der Eintracht und hoffe einfach, dass sie ihr Spiel spielen können und dass sie einfach sich, ja, auf das besinnen, was sie so stark macht und dann sollte das eigentlich jetzt auch nicht das größte Problem der Liga werden. Andererseits ist da halt immer diese Angst, dass es dann irgendwie doch schief geht und ja, dieser Trainerwechsel jetzt auch nicht besonders geholfen hat aus Eintracht-Sicht, aber ja, wie Dennis schon meinte, wir haben Kostic, wir haben Jovic, wir haben Silva, die sind alle gerade momentan gut in Form, wir spielen schön Fußball. Warum nicht auch gegen die Hertha jetzt, ob mit altem oder neuem Trainer? Innenverteidigung bei der Hertha, Boyata ist noch verletzt, der Rest ist fit. Keine Sperren, sonstiges. Okay. Er ist aber immerhin der Abwehrchef, ne? Genau. So, das heißt, die werden wahrscheinlich mit einem Toro Noriga und mit einem Stark wieder in der Innenverteidigung da aufwarten. Das ist auch nicht unbedingt die Spieler, vor denen man sich fürchten muss als Stürmer. Ja, ne, so wie ich das mitbekommen habe, in meinem Haushalt ist Stark auch, ja, nicht besonders gut in Form. Stimmt. Da habe ich mich ja für jeden Fall... Ich habe zum Teil geschlafen während Hertha spielen, muss ich zugeben, aber wenn ich irgendwas gehört habe, war, oh, Stark ist schon wieder, oh, ich ertrage das nicht mehr. Und ich so, ah ja, okay, gut, vielen Dank für die Info. Also alles wie immer. Stimmt, da habe ich das für ihn natürlich vollkommen falsch anmoderiert. Also wenn hier jemand Hertha-Expertin in der Runde ist, dann bist du das natürlich aus direkter Quelle. Ja, bin mir da nicht so sicher, so oft wie ich meine mittags oder abends schläfe auf diese Hertha-Spiele verlegt habe zuletzt. Ja, ich bin aber auch immer eingeschlafen. Ich wollte gar nicht einschlafen, aber ich bin immer müde geworden. So musste ich natürlich jetzt an der Stelle wahrscheinlich rausreden. Nee, definitiv nicht. Also es gibt, glaube ich, wenig, was ich mir als gute Hintergrunduntermahlung für so ein Nickerchen ausdenken könnte. Aber Patrizia, trotzdem eine Frage. Wie ist die allgemeine Stimmung aber bezüglich dieses Trainerwechsels und, ich sage jetzt mal, die Verantwortlichen, ja ausgedrückt. Ist das sehr positiv, nimmt das dein Freund sehr positiv an und sagt er, hey, cool? Oder sagt er, warum haben wir jetzt eigentlich ein Dardai wieder geholt? Wie ist denn da eigentlich so die Reaktion oder sprecht er darüber nicht? Nee, also es ist schon recht positiv, einfach weil Dardai eine Vereinslegende ist und man hat ja jetzt auch Arne Friedrich auf dem Posten, den bisher der Preetz hatte. Da ist es halt eben so eine Vereinslegende, da ist man schon so ein bisschen emotionalisiert und auch froh drüber. Trotzdem ist halt die Situation sehr, sehr angespannt und ja, ich habe auch mal nachgefragt, wie das so gesehen wird mit Labbadia, weil ehrlich gesagt hat es mir schon sehr, sehr leid getan. Nicht nur dieses Sky-Interview, was wir wahrscheinlich alle mitbekommen haben, aber auch generell halt, dass klar, man musste jetzt irgendwie Konsequenzen ziehen, habe aber mal nachgefragt, weil er sich jetzt eigentlich auch nicht viel zu Schulden kommen lassen hat, außer dass halt die Mannschaft nicht besonders gut performt hat. Ja, da war es auch so, nee, er ist halt so die ärmste Sau. Es ist halt, er wurde von Preetz installiert und Preetz musste gehen, dann musste halt Labbadia-Folge richtig auch gehen, um das Ganze so abzuschließen. Ja, das ist schon sehr, sehr chaotisch und ich habe auch das Gefühl, so richtig viel Lust auf Fußball ist hier auch nur bei einer Person im Haushalt momentan da. Also, ja, verständlicherweise. Aber die Stimmung ist halt bezüglich Dardai relativ positiv, aber insgesamt halt natürlich schlecht. Und wie ist die Stimmung bezüglich Friedrich? Weil ich meine, ich kann schon verstehen, auch Vereinslegende, aber die Qualifikation für den Posten sehe ich jetzt bei dem auch nicht. Ich meine, gut, ich habe mich jetzt auch nicht großartig damit beschäftigt, was dieser Mensch vielleicht an Qualifikationen noch in der Zwischenzeit sich irgendwie da gegeben hat, aber ich sehe den jetzt auch nicht als die Besetzung, die mir da jetzt einfallen würde, so im direkten Zusammenhang. Ja, schwierig einzuschätzen. Also, er hatte ja auch zuvor eine Funktion im Verein, die ich persönlich nie richtig verstanden habe. Also, ich habe immer gefragt, was macht er denn genau? Und ich habe aber auch nie eine genaue Antwort bekommen, was er macht. Also, ich glaube, das war auch relativ unklar, was da jetzt so wirklich sein Aufgabenfeld ist und ja, was halt dieser Job war, den er jetzt vorher gemacht hat. Keine Ahnung, also, das muss man sehen. Zuletzt lief ja auch eine Pressekonferenz, da meinte Arne Friedrich zumindest, er hat ein ganz gutes Netzwerk, denkt er. Das kann ja schon vielleicht mal helfen. Denkt er. Ja. Ja, gut. Schwer einzuschätzen, aber ja. Ich glaube, ich wäre an deren Stelle schon froh, wenn überhaupt irgendwie was sich bewegt im Verein, weil, ja, so ging es ja nicht weiter anscheinend. Ja, aber da stelle ich mir halt auch so ein bisschen die Frage, hätte man das nicht früher irgendwie merken können? Ich weiß nicht, wie lange war Brez jetzt da im Amt? Weiß nicht, über 20 Jahre oder so? Also, er war lange beim Verein, gefühlt 100 Jahre. Nein, aber dem Amt weiß ich das nicht, aber das ist jetzt, ja, dem Amt, ja. Also, ich weiß nicht, klar ist man da froh, wenn sich da was ändert, aber ich frage mich halt immer, wie viel muss da da passieren, dass man da jetzt diesen Schritt gegangen ist und ob das nicht schon, also, mir hätte es als Fan wahrscheinlich schon viel früher irgendwie gereicht. Deswegen wollen sie ja jetzt Bobic. Ja. Das ist ja jetzt bestimmt der Grund. Nee, keine Ahnung, also, es ist schwierig, schwierig insgesamt. Also, ich bin da zum Glück auch nicht so tief drin, aber ja. Geschäftsführer Sport und Kommunikation Amtsantritt am 11.6.2009. Also, auch schon zwölf Jahre. Krass. Krass, 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 krass. Okay. Ja, nicht viel passiert, würde ich sagen. Nee, also, ich hätte auch gerade, mal so kurz überlegt, so was ist mir jetzt im Gedächtnis geblieben in den letzten zwölf Jahren härter. Da war nicht viel. Ja, das, ich glaube, die hadern immer mit sich selber so, dass die in Berlin selber auch gar nicht so viele Fans haben haben. Und irgendwie dann diesen Hype, den sie mitnehmen wollten, Hauptstadtclub, bla, 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 das probieren die ja nicht erst seit kurzem, Big City Club. Ich meine, die nennen es jetzt vielleicht Big City Club, aber die waren ja immer so, dass die probiert haben, Hauptstadtclub zu sein. Es gab ja immer diese Phase unter Dieter Hoeneß mit Marcelinho und Pantelic und unter Favre sind die auch mal irgendwie ziemlich weit oben gewesen. Aber es hat für die nie so einen langfristigen Effekt gehabt. Also, die haben nie so profitiert von dem, wenn sie mal irgendwie ein bisschen sportlichen Erfolg hatten, haben sich dann irgendwie auch ziemlich schnell damit abgefunden, als dann Dardai zum Beispiel da war, dass die eben jetzt nicht mehr die Sterne vom Himmel spielen und das irgendwie solide machen wollen. Aber ganz im Ernst, wenn du als Außensteiner an Hertha denkst, denkst du safe an ein Spiel, wo es regnet und wo die Hälfte des Stadions leer ist und das Spiel geht 0-0 aus. So, das ist das, was ich bei Hertha im Kopf habe. Und wenn die mal im Europapokal waren, haben die auch nicht dafür gesorgt, dass da unglaubliche Atmosphäre war, die irgendwie transportiert wurde. Also, die müssen jetzt langsam sich mal anfangen zu erfinden und das außerhalb von irgendwelchen merkenwürdigen Marketing-Dingungen zu tun. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt es dazu morgen eine Alarmstufe Red. Mal schauen. Vielleicht habe ich mich damit mal kurz beschäftigt. Aha. Na gut. Schauen wir mal. Gerade mal kurz durchgezählt, in den zwölf Jahren, die Brez da Geschäftsführer war, hatten sie 15 Trainer. Was jetzt auch nicht unbedingt für eine... Spricht jetzt auch nicht wirklich für Stabilität, ne? Ne, eben. Aber gut, lass uns das auch nicht beschreien. Ne, klar. Lass die ruhig mal da machen und die sollen das ruhig weiter so machen. Dann kommen wir zur spannenden Frage der Aufstellung. Was denkt ihr denn, mit welcher Aufstellung wir da reingehen am kommenden Wochenende gegen die Hertha? Jovic hatte ja die Woche gesagt, er ist immer noch nicht so ganz fit. Er hat noch so ein bisschen, ja, fehlt noch so ein bisschen Spielpraxis, was jetzt auch nicht weiter verwunderlich ist, also vermutlich oder höchste Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich wieder Einwechslung. Aber lass mal gucken, was wäre denn so eure Aufstellung? Lass uns doch wieder von hinten anfangen, Trab im Tor, Safe, Verteidigung, Altbewährt, ein dicker Hinteregger, Tutor? Oder würdet ihr was ändern? Lassen, auf jeden Fall lassen, ja. Eins, eins vorweg noch, was ich heute erfreulicherweise noch gelesen habe, ist, dass ja tatsächlich Hütter aus den Vollen schöpfen kann. Das heißt, auch ein Ache ist wieder im Mannschaftstraining, hat natürlich jetzt für Startaufstellung und so weiter und wahrscheinlich auch Einwechslung jetzt nicht unbedingt was zu tun. Trotzdem, erfreuliche Nachricht haben wir natürlich vorhin bei aktuelles jetzt noch nicht genannt gehabt. Das ist aber trotzdem finde ich eine super coole Sache, dass jetzt auch er wieder zurückgekehrt ist nach doch seiner, ich glaube, auch vier oder fünf Monate so ungefähr, die er jetzt gefehlt hat. Also, cool, wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben. Ansonsten gehe ich natürlich mit deiner Aussage in Verteidigung beziehungsweise die drei hinten, in der Dreierkette auf jeden Fall aufzustellen, in dicker, hinteriger Tutor. Ich glaube, über Kostets brauchen wir auch nicht reden, haben wir noch nie und brauchen wir jetzt auch hier nicht anfangen. Und auf rechts, Durm oder machen wir da, ändern wir da irgendwas? Ich glaube, jeder weiß, dass ich lieber Touréder sehe, aber ich bin mittlerweile auch jetzt nicht mehr so, dass ich Angst habe, wenn Durm spielt. Also, der macht das schon okay. Der ist mir, wie gesagt, defensiv manchmal taktisch nicht klug genug, aber das ist Touré, wenn er einen Aussetzer hat, auch nicht. Also, von daher, ich habe auch nicht viele Argumente. Das ist bei mir, wenn ich sage, Touré statt Durm, es ist eine reine Bauchentscheidung und eine reine, ich sehe in Touré halt langfristig gesehen einen besseren Spieler. Das ist so, im Endeffekt, könnt ihr es mit dieser Sohn-Nummer vergleichen. Als ich Sohn immer haben wollte, war der ja auch nicht gut. Aber ich habe halt immer das gewollt, dass der das irgendwann mal zeigt, was ich denke, was er kann. Und das ist bei Touré ähnlich. Natürlich kann ich in der Gegenwart nicht sagen, oh, die müssen die Durm rausnehmen und in Touré bringen. Dafür habe ich jetzt keine validen aktuellen Argumente, aber das ist ein reines Gefühl, was ich habe. Hast du auch völlig recht. Hast du auch völlig recht. Nein, ich gehe da auch, ich denke, dass Durm auf jeden Fall wieder anfängt. Was mir ein bisschen besser noch gefallen wird, das hat mir in dem Bielefeld-Spiel, hast du ja auch gemerkt, dass du dann, ja, ich sage mal, die Wechsel müssen einfach dann, wenn du 4-1 oder wie auch immer führst, musst du eigentlich genau diese jüngeren Spieler, die Potenzial haben, einfach direkt reinschmeißen, schön im Endeffekt denen Spielzeit geben. Hoffe ich einfach drauf, dass Touré dann auch, ja, jetzt war schon eine 72 Minute, das war schon okay, hätte auch zehn Minuten früher sein können. Einfach damit sie ein bisschen Spielzeit bekommen, deshalb Durm, Startelf und dann gerne Touré, wenn wir in gutem Fahrgewässer sind gegen die Hertha, weil ich glaube nicht, dass Touré uns diesen, ja, Spielöffner, diesen, wie sagt man so schön, Dosenöffner da liefern wird, sondern ich glaube tatsächlich, da ist einfach mit Durm ein bisschen mehr, das ist jetzt, das ist einfach Stabilität momentan, die brauchen wir ja auf der Position auch. So, jetzt hat Basti gerade eben schon So angesprochen, der spielt in der Mitte und da führt meiner Meinung nach auch kein Weg dran vorbei und dann ist die Frage, wer spielt neben So, ist es wieder Hasebe oder wäre das mal eine Variante der Rotation? Du hattest vorhin ja gesagt, Basti, wenn er sich konzentriert, dann ist da eigentlich auch kein Weg an ihm vorbei, glauben wir das jetzt für das Wochenende auch? Ja, ehrlich gesagt, sehe ich überhaupt keinen Grund, da irgendwas zu ändern, leider, was heißt leider, aber es ist ja, da wird es schon noch kommen, also es gibt ja auch immer mal wieder Sperren oder leichte Verletzungen, aber warum sollte ich jetzt, das funktioniert ja hervorragend, also warum, if it works, don't fix it, würde ich erstmal hier sagen, leider. Ja, gehe ich mit. Patricia? Ja, auch, also ich weiß auch nicht, warum, wie Basti schon sagte, warum man es ändern sollte, vor allem Rode, war ja jetzt verletzt auch zuletzt, da weiß man ja auch nie, wie kommt der zurück, also wenn du ihn jetzt aufstellst, in welcher Verfassung befindet er sich, wie ist das jetzt ohne die paar Wochen Spielpraxis, ich würde es jetzt nicht beschreien, solange sich Hasebe fit fühlt und ja, da alles in Ordnung ist, soll er ruhig spielen. Ich glaube, das ist echt ein gutes Stichwort, was du da noch gibst, Patricia, dass Rode ja auch immer mal wieder ein bisschen was mit dem Knie hatte und gerade bei seiner Knie-Story sollte man halt einfach, da kann man sich jetzt erlauben, übervorsichtig zu sein, zu sagen, der soll sich ruhig im Training noch ein, zwei Wochen stabilisieren, dass da überhaupt nicht mal mehr der Restzweifel eines Zweifel besteht, sondern einfach nur den komplett stabil machen, solange es halt noch geht, wir werden den noch früh genug brauchen und dann soll er halt 100% fit sein. Aber aktuell sehe ich jetzt auch nicht, weil wir hatten jetzt ausnahmsweise mal keine englische Woche, die sollten alle wieder fresh sein und die haben das gut gemacht. Also auf Zwang jetzt was zu ändern, sehe ich auch nicht ein. Zumindest in dem Bereich nicht, zu dem anderen Bereich kommen wir ja gleich noch. Das wäre jetzt die Frage, wie ist denn dann eure Meinung, wenn es dann um die drei Offensivkräfte da vorne geht, würdet ihr da jetzt was ändern? Also ich kann dir jetzt schon für die aller ganzen nächsten Wochen sagen, brauchst du mich hier in dem Segment nicht mehr ansprechen. Ich werde dir immer sagen, Younes hinter Silva und Jovic. Das wäre auch mein präferiertes System, aber wie gesagt, Jovic hatte ja selbst gesagt, er ist noch nicht so 100% fit. Das heißt, die Frage, gehst du das Risiko ein, ihn da jetzt von Anfang an zu bringen oder wechselst du ihn dann vielleicht halt einfach halbzeit ein? Gut, wahrscheinlich hast du recht, dass wenn er es selber schon sagt, dass es auch so ist, dass man da nichts riskieren will, er hat ja auch irgendwie noch eine kleine Verletzung noch. die er mit sich geschleppt hat. Also realistisch ist es nicht, du hast ja auch nach unserem Wunsch gefragt, aber wenn wir jetzt realistisch sehen, wer da spielen könnte, würde ich sagen, dass Younes Kamada und Silva vorne spielen. Ja, kein Barkok. Das wäre jetzt meine Frage, danke. Dem muss man, glaube ich, mal irgendwie eine Ohrschelle geben. Der wird mir in den letzten Wochen zu nachlässig, muss ich sagen. Ein bisschen zu fahrig und du hast das Gefühl, der ruht sich schon fast wieder aus auf seiner Leistung. Weiß nicht. Entweder, ja, ich weiß nicht genau, was man da machen muss. Wenn er es im Training gezeigt hat, gerne ihn für Kamada, das wäre sowieso meine Lösung, aber aktuell muss man da, glaube ich, ein bisschen gegen den Strom schwimmen, weil ich weiß, dass jeder auf Kamada rumhackt. Da will ich mich aber irgendwie nicht anschließen, nur weil er eine andere Körpersprache hat. Auch wenn er mich selber nervt. Ich habe ja schon mal gesagt, er ist so ein bisschen was von Gacinovic, schwebt da schon durch die Stadien, wenn er spielt. Aber das ist eher für mich gerade eine Entscheidung gegen Bacock, in der Hoffnung, dass er das sich zu Herzen nimmt und wieder diesen Spirit vom Anfang der Saison bringt, wo man gedacht hat, ach guck mal, der hat Bock und ist nicht so fahrig. Ich habe so manchmal ein bisschen das Gefühl, das ist so ein sehr schmaler Grat bei ihm zwischen dem absoluten Willen und totaler Überheblichkeit. Ja, habe ich auch so. Klar interpretieren wir wahrscheinlich da auch viel zu viel in einzelnen Szenen. Klar. Aber, ja, ich meine, was sollen wir machen? Du kannst sowohl für als auch gegen Bacock und Kamada Argumente finden. Ja. Ich finde das auch sehr ähnlich. Also ich finde das auch krass, wie das auseinander geht mit der Kritik. Also Kamada steckt ja richtig viel Kritik ein und ich finde, über Bacock hört man nicht so viel, obwohl es da ähnliche Punkte gibt, wenn die sich auch unterschiedlich darstellen auf dem Platz. Aber es gibt ähnlich viel zu kritisieren bei beiden, finde ich momentan. Hättest du da mal, die Grüße gehen raus, die YouTube-Kommentare unter unserer Folge von letzter Woche reden hören, da sind wir total für abgestraft worden, dass wir auf Kamada die ganze Zeit irgendwie rumtrampeln. Da stand drin, habt ihr euch mal den Bacock angeguckt, der spielt doch seit Wochen nur scheiße. Ja, es tut mir leid, dass ich einmal Kamada kritisiert habe. Ich habe ihn immer verteidigt, immer. Ich habe immer gesagt, ich sehe was und hier Dings, seid nicht so streng mit ihm und das ist die Körpersprache, bla bla bla. Und dann habe ich letzte Woche gesagt, jetzt nervt er mich auch ein bisschen, weil es halt wirklich einige Szenen gab, an denen ich das auch festgemacht habe. Und schon heißt es, wir hacken nur auf ihm rum. Ich nehme die Schuld, aber auf mich in meinen Augen ist einfach, mich nervt Kamada jedes Spiel bestimmt 20 Mal und vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen, habe ich mich auf ihn eingeschossen. Es sind halt so Situationen, die Schüsse teilweise, da werde ich wahnsinnig einfach. Das ist einfach was, das lernt er auch nicht mehr. Es ist ein Kinderschuss, es ist wirklich fürchterlich. Und die Situation, klar, es zeigt ja auch, es war ein super oder ein gutes Spiel, was er hier letzte Woche gezeigt hat am Wochenende. Ich hoffe, dass er, Basti, wenn er spielt, dass er richtig geil performt, dass er zu Recht Barcourt dort verdrängt. Für mich ist einfach der kleine oder feine Unterschied, dass ich einfach, das sind aber auch punktuelle Situationen, klar, da nervt mich Barcourt von der Körperhaltung und von dem, wie er da teilweise so arrogant, hast du völlig recht. Auf der anderen Seite sind es aber auch so geniale Momente, wo dann teilweise Lupfer in Räume gespielt werden, wo man einfach sagt, wow, da lässt er mal richtig das Potenzial aufblitzen. Deshalb verzeihe ich vielleicht bei Barcourt etwas mehr als bei Kamada, ist er aber natürlich bei beiden, geht mir trotzdem total, sowohl bei Barcourt als auch bei Kamada auf den Sack, wenn sie da Mist machen. Und im Idealfall, und Basti, hast du auch schon das Richtige gesagt, wenn wir da vorne natürlich mit Silva und Jovic zwei Knaller drauf stehen haben und die werden dann noch gut bedient von Younes, Kostic und meinetwegen kriegt auch Durm. Und so, haben wir ja auch gesehen, kann teilweise echt schöne Steilpässe spielen. Also da sehe ich auch dann über den Kinderschuss von Kamada hinweg, denn dann wird er einfach ausgetauscht durch Jovic an der Stelle und dann knallt es da vorne auch richtig. Aber wie gesagt, ich will hier auch nicht zu viel Lieder auf Kamada, sonst heißt es, ja, der hackt ja immer noch auf Kamada rum. Korrekt. Nein, ich will es gar nicht machen, sondern es ist einfach für mich, es nervt mich halt teilweise, dass wir so Situationen dann haben, wo ich einfach denke, Mensch, das kann doch nicht sein, dass wir so einen talentierten Spieler haben, der es wieder nicht auf dem Platz zeigen kann. Garcinovic-Vergleich war von dir wieder ein guter. Ich glaube, du musst an der Stelle halt auch zwei Dinge sehen. Du bewährtest jetzt sehr viel den Abschluss von Kamada, das ist der, der mich auch aufregt, aber wir müssen halt auch dagegen halten. Er hat neun Scorer-Punkte diese Saison schon. Ja, auf jeden Fall, klar, logisch. Ja, im Endeffekt ist das eine Diskussion auf hohem Niveau, aber das muss man auch aushalten. Ich verstehe halt immer nicht diese, das ist überall so, du musst dich immer entscheiden, Ronaldo oder Messi, nee, ich will beide. Bei Kamada kann ich dir auch Pro und Contra sagen. Also ich verstehe nicht, warum die Leute nicht mehr gelernt haben, wenn einer Kamada kritisiert, nicht irgendwie auch im Hinterkopf zu haben, ja, vielleicht weiß derjenige, der ihn kritisiert trotzdem, dass er auch gute Sachen hat. Stimmt, genau. Kamada kann dir einen genialen Moment liefern, das macht er in regelmäßigen Abständen auch, und auch konstant. Trotzdem hat er Sachen im Spiel, wo er einfach dumm spielt. Was kann ich denn dafür? Also das zu sehen. Also wenn jemand geniale und weniger geniale Momente im Spiel hat, dann braucht man doch nicht irgendwie eine Diskussion, die aufmachen, die schwarz-weiß ist. Zu sagen, nee, Kamada ist der Geilste, dass du mal die Statistik gesehen hast. Klar habe ich die gesehen, deswegen sage ich ja auch positive Sachen. Klar habe ich aber auch die anderen Sachen gesehen, die in keiner Statistik auftauchen. Und das sind einfach keine cleveren Entscheidungen in gewissen Spielsituationen. Und, was bei mir bei ihm dazukommt, ist, dass ich das Gefühl habe, wenn er eingewechselt wird, ist er beleidigt. Ja. Ja, stimmt. Er ist kein Einwechsel. Wenn er einfach eingewechselt wurde, habe ich das Gefühl gehabt, der will uns jetzt hier allen ganz deutlich zeigen, wenn ich von Anfang an spielen darf, habe ich gar keinen Lust. Und das hat auch nichts mehr mit Körpersprache zu tun. Weil da muss man aufpassen. Man muss halt auch aufpassen, dass man nicht diesen Özil-Fehler macht, zu denken, guck mal, der guckt die ganze Zeit auf den Boden. Nee. Mir ist egal, was für eine Körpersprache er hat. Ich will aber, dass ich sehe, dass er vom Kopf her im Spiel ist. Und da ist es mir egal, wie der das mit seinem Körper ausdrückt, sondern das will ich anhand von Aktionen sehen. Das siehst du halt bei ihm manchmal nicht. Bei ihm siehst du manchmal nicht, dass er hadert. Das hat selbst Hütter gesagt. Er hat gesagt, selbst Hütter hat gesagt, dass in gewissen Situationen ihm noch die Cleverness fehlt, aber man das gerne in Kauf nimmt, wenn er dann solche Aktionen drin hat, die er dann hat. Und ich glaube, diese Diskussion muss man einfach differenziert aufmachen. Die kann es über Barcock auf andere Ebene führen. Und unterm Strich bleibt trotzdem, dass es eigentlich egal ist, wer gestellt wird, weil jeder von denen kann uns einen besonderen Moment bescheren. Ja. Und für mich ist momentan viel wichtiger sogar Younes, der für wahnsinnig schnell für mich zu einem der wichtigsten Spieler in dieser Mannschaft gewonnen ist. Ja, das ist echt krass. Ja. Da zeigt sich dann halt auch so ein Stück weit die Erfahrung, wir hatten es ja letzte Woche schon mal besprochen. Also der arbeitet sich halt immer mehr in diese an mir führt kein Weg vorbei Position ran. Was aber okay ist. Also ich finde es auch gut, wenn da ein bisschen Konkurrenzkampf gerade auf so einer Position ist, wo wir halt auch drei Leute haben, die da spielen können, die halt auch alle ihre Qualitäten haben, die immer irgendwie einen Unterschied machen können. Und wenn da so ein bisschen Konkurrenzkampf da ist, also ich glaube, was Besseres kann uns an der Stelle halt auch gar nicht passieren. Ja, auf jeden Fall. Und mit der knallharten Situation da vorne, wenn du so einen geilen Sturm oder mit Silva, Jovic, Younes und meinetwegen auch Kamada und Barkov und wer auch immer davon spielt, wenn dann Kostetsch noch von der Seite kommt. Das Schöne ist, die Mannschaft oder die Abwehr muss sich ja auf die Spieler konzentrieren. Wenn du sagst, okay, du hast jetzt nur einen, der gut ist, dann stellst du drei Leute drauf und dann passiert da nicht mehr viel. Hier kannst du nicht sagen, ich kann es teilweise nicht mal sagen, nicht doppelt die Spieler, weil einfach dann Lücken für andere da sind, die es halt auch knallhart und eiskalt ausnutzen. Wenn du dir anschaust, dieses One-Hit-Fußball oder im Endeffekt wirklich da One-Touch-Fußball, den du da gesehen hast, das ist einfach richtig, richtig geil. Und da kannst du, das ist sowieso schon schwierig zu verteidigen, wenn du dem dann noch ein bisschen Platz lässt, Szene bei Bielefeld, als Jovic den Ball noch in Ruhe annehmen kann und knallt den da wie im Testspiel noch rein mit einer Wucht. Das ist einfach geil. Das war aber auch ganz trocken. Ja, das ist aber doch das, was wir alle uns wünschen. Und da siehst du, das ist doch hier, wer hier spielt, ist eigentlich diese Masse da vorne an Superspielern. Gibt einfach anderen, die vielleicht sonst unter Bedrängnis und wenn sie zu sehr gedoppelt werden, auch nicht mehr so glänzen können. Aber hier ist es so, die sind so stark, dass der Gegner eigentlich sagen muss, ich kann mich nicht auf ein, zwei Spieler konzentrieren, sondern das gesamte Offensivgefilde von Frankfurt ist hier so gefährlich. Wir müssen im Endeffekt versuchen, die im Gesamten zu verteidigen und so bleibt immer für die Einzelspieler ein bisschen mehr Platz. Und das ist einfach geil, dass wir das momentan so ausnutzen. Und bevor es wieder Kommentare hagelt, ja, Rustic kann auch auf der 10 spielen, der fällt da auch noch mit rein. hat aber auch irgendwie gerade sehr viel Entfernung zum Kader, meiner Meinung nach. Ja, er kam ja, er kam ja, er kam ja letztlich. Der hat ganz im Ernst, bei Rustic muss ich auch sagen, dass er mich überrascht hat, wenn er reinkommt, der kann auf jeden Fall auf der 8 spielen auch, das heißt, er kann auch irgendwann mal So ersetzen, aber er kann auch auf den Außen rumhüpfen und der schlägt geile Standards, das muss man so sehen. Ja, gut, das stimmt. Wenn jemand reinkommt und direkt den Freistoß übernimmt, dann ist das schon eine Waffe, die uns irgendwann auch wichtig werden kann. Wenn Eintracht irgendwann mal nichts einfällt, dann schießt halt ein scheiß Flanken-Ding rein und dann steht es 1-0. Also dafür ist er auch gut, aber wir haben es ja jetzt zusammengefasst. Es ist gut, dass der Eintracht da viel, viel Flexibilität vorne hat und die hoffentlich ausnutzt und wir dann, falls mal irgendwie was nicht klappt, was Neues probieren können und dann irgendwie, ganz egal, wir werden jetzt zu den Tipps kommen, nehme ich an, dann nehme ich meinen vorweg. Ich hoffe, die Eintracht gewinnt dreckig 1-0. Die Eintracht gewinnt dreckig 1-0. Ist notiert. Dennis? Ich hoffe, auf ein frühes Tor der Eintracht schon und dann im Endeffekt noch viele andere ein 3-1 für die Eintracht. Patricia, mit welchem Tipp würdest du auch mit Hintergrund deiner haushaltsbedingten Situation da ins Rennen gehen? Ja, das ist mir ziemlich egal. Für mich ist es ein 2-1. Ja, ich traue mich nicht mehr auf 0 zu tippen, weil irgendwie kassiert die Eintracht ja dann doch immer irgendwie noch ein Tor, aber gewonnen werden muss trotzdem, also 2-1. Ich hatte den Ernst den gleichen Impuls wie du und sage so, ohne Gegentor geht nicht, aber genau deswegen tippe ich ohne Gegentor, weil ich gerne hätte, dass wir endlich mal ohne Gegentor spielen und ich will, dass wir viele Tore schießen, deswegen sage ich 3-0. Sehr gut. Ja, dann haben wir zumindest das Sportliche diese Woche abgehandelt und ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an Basti. Ich habe die Folge von hier eure 93 Funfans Folge noch nicht gehört und will natürlich auch allen da draußen nicht die Möglichkeit nehmen, aber gibst du uns mal so ein kleines Wrap-Up deiner kleinen zweiten Dopa-Runde. Wie war das so im Vergleich zum ersten Mal und was war diesmal besonders gut und besonders schlicht? Ja, was ein bisschen blöd war, dass gar kein Publikum da war und dass es in einem anderen Studio war, das ist natürlich schon sehr steril. Okay. Ich habe aber natürlich wie ich selber ein bisschen sicherer gefühlt, da zu sitzen und das zumindest schon mal in Ansätzen gemacht zu haben beim ersten Mal. Ja. Diesmal war ich auf die Themen besser vorbereitet, weil ich die früher wusste, also ich wusste ja eine Woche vorher Bescheid, bevor ich da hingehe, als letztes Mal war es sehr kurzfristig. Ja, habe mich mit Kalli angefrandet in Anführungszeichen, der mir sehr kritisch gegenüberstand, aber ansonsten muss ich sagen, Stefan Effenberg hat mich positiv überrascht. Okay. Die Runde war sehr, gibt an sehr, sehr nett zu mir. Das Einzige, was ein bisschen blöd war, war, dass danach bei Social Media die alten weißen Herren von Doppelpass-Universum ein bisschen auf mich losgegangen sind. Das habe ich aber irgendwann aufgehört, mir durchzulesen, von daher. Inhaltlich war das wieder diese Diskussion, was ist denn das für ein Typ, der kann ja nicht mal die Kappe ausziehen. Ja, ich habe in geschlossenen Räumen, ich wäre ein Rapper und ich habe eine sehr schlimme Sprache und ich hätte fucking gesagt und oi oi oi. Ich bin doch heute dann auch wieder drüber gestolpert, als ich YouTube aufgemacht habe, schlug es mir vor, Sport1-Clip und da war dann so ein Zitat, Labbadia ist die ärmste Sau, der kam als letzter in die dreckige Küche. Also zumindestens da bist du für Klicks anscheinend gut. Okay, doch. Ja. Aber war das jetzt besser oder war es einfach nur anders als beim ersten Mal? Ja, es war halt wie gesagt ein komplett anderes Studio, komplett andere Atmosphäre, aber ich hatte danach ein besseres Gefühl als beim ersten Mal, aber es fällt mir auch sehr schwer, das zu beurteilen. Ich hatte tatsächlich selber noch gar keine Zeit mehr sonst schon. Ja. Danach kann ich dir sagen. Okay. Dann stellen wir die Frage danach nochmal. Du hattest das Kali-Thema gerade eben schon angesprochen. Habt ihr danach nochmal irgendwie gesprochen oder war das wirklich so, so wie es im Fernsehen rüberkam, dass er da überhaupt kein Verständnis für dich hat, hat sich das dann auch so fortgeführt? Ja, der ist danach zu mir gekommen und hat mir Fistbump gegeben und hat gesagt, hier, ich soll es nicht persönlich nehmen, aber, aber und dann habe ich gesagt, ja, ist doch gut, wenn man da verschiedene Meinungen hat. Ich war aber zu dem Zeitpunkt froh, dass das einfach nur Austausch von zwei Sätzen war und dass das Thema dann keine Zeit mehr gehabt hat, weil ich glaube, der war da sehr, sehr engagiert, seinen Kumpel Tennis zu verteidigen und ich weiß nicht, ob ich Bock gehabt hätte, mich mit dem da anzulegen. Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass das keine Diskussion ist, die man rein faktenbasiert führen könnte. Das ist es ja, genau. Da gibt es eine Meinung und diese Meinung ist da und die wird sich auch nicht mehr ändern. So ist es. Wer die Dankfassung dazu hören will, dem empfehlen wir an dieser Woche ganz eindrücklich neben uns zu unterstützen, natürlich Funfriend bei den Kollegen von 390 zu werden und dann könnt ihr die komplette, den kompletten Erfahrungsbericht von Basti da einmal euch anhören. Ich weiß nicht, es ist glaube ich wieder irgendwas um die 30 Minuten, 35 Minuten, genau. Also, könnt ihr das einmal komplett euch geben. Wir verlinken euch das auch mal in den Empfehlungen, aber ich glaube, ihr wisst alle, wo ihr da hin müsst und seid wahrscheinlich so oder so schon Supporter von den Kollegen von 390. Ja, haben wir noch irgendein Thema auf der Liste, was ihr besprechen wollen würdet oder ist das unser Ausklang für diese Woche? Genau, Corona würde ich sagen, lassen wir mal diese Woche außen vor, da können andere drüber reden. Das macht keine Kraft zu. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es doch in aller Umfangheit, falls das ein Wort ist, für diese Woche wieder geschafft. Wir danken euch nochmals sehr viel herzlich, sehr viel herzlich, ich kann heute auch nicht mehr sprechen. Wir danken euch recht herzlich für den ganzen Support. Wir freuen uns wieder über eure Kommentare, egal wo, ob auf YouTube, im Blog, auf Facebook oder als Nachrichten auf Twitter. Wir freuen uns auf ein wunderschönes Fußballwochenende und wünschen euch eine schöne Restwoche und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey! Hey! SG-19-19-19-19-21! Hey! Jay! Hey! SG-19-19-19-20! Hey, hey, es kann man von Hey, hey, es kann man von Hey, 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 es kann man von Hey, 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 hey Untertitelung des ZDF, 2020